Ich bin Leon Ulbricht, ich bin 17 Jahre alt und wie ein Newton-Weltmeister im Snowboardcross. Meine Stärken sind mental, einfach, dass ich mir das Ziel setze, klar im Kopf zu sein und körperlich, ich habe eine ganz gute Statur und Ansprungkraft fehlt bei mir auch nicht, also das sind so die wichtigsten Voraussetzungen. Der Moment, wenn man im Startgate steht und die Karte fällt und sich alle mit voller Wucht aus dem Startgate reißen, das reizt bei mir auf jeden Fall alles eigentlich. Ich würde mich wirklich freuen, wenn die Sportart noch größer werden kann und das wäre auf jeden Fall der richtige Weg oder der erste Schritt dazu, so ein Titel für den ersten deutschen Snowboardcrosser. Ich stimme jetzt für mich ab.